Oh ja, genau. Nice. Hallo zusammen, nach langer Zeit bin ich wieder zurück hier in Riegel-Time. Wow. Ich habe auch einen Zweitkanal, der heißt Riegel-TV, ich verlinke ihn euch in der Videobeschreibung. Und wenn ich es hinbekomme, dann könnt ihr auf das I oben dran klicken. Und auch am Ende im Outro, so heißt es glaube ich, da werde ich euch auch das nochmal zeigen, damit ihr drauf gehen könnt. Ich muss das aber alles nur rausfinden, wie das geht, den Tipp habe ich vom Dr. Stuhl gekriegt. Auf jeden Fall verlinken tue ich ihn auf jeden Fall in der Videobeschreibung und da könnt ihr dann drauf gehen und mich auch im Zweitkanal abonnieren. Und da sind jetzt schon ein paar Videos, die ich drinnen lasse, weil ich lösche keine Videos mehr. So wie früher, der Basti wird jetzt nicht mehr mit dabei sein in den neuen Videos. Ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm irgendwie. Ja, ich kann da auch nichts machen. Ich hoffe euch gefällt das, was jetzt so kommt und jedenfalls bin ich wieder da, weil der Kanal jetzt wieder funktioniert. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Auch hier im Kanal nochmal ein Danke an den Dr. Stuhl, dass ihr es endlich geschafft habt. Mit dir gemeinsam, dass wir den Kanal wieder ins Laufen bringen. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir ab Montag hier in dem Kanal an. An alle treu gebliebenen Fans oder Zuschauer, ich bin da immer vorsichtig mit dem Wort Fans, an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die treu geblieben sind hier in dem Kanal. Ein großes Danke, Danke, Danke und ab Montag geht es endlich weiter. Also, bis Montag, habe die Ehre. Also, bis Montag, habe die Ehre. Also, bis Montag. Meine Ehre.